Jeder Kampf ist wichtig, aber es ist ein besonderer Kampf. Es geht um die Weltmeisterschaft und Karl möchte Weltmeister werden. Ich habe mich sehr lange Zeit nicht so gut gefühlt wie jetzt. Man sieht, wie ich mich bewege, also ich bin wirklich super drauf. Zähne. Zähne. Ich habe mich nicht so gut gefühlt. Ich habe mich nicht so gut gefühlt. Ich habe mich nicht so gut gefühlt. Vielen Dank.